Hebe, Schreiber. Hebe, Schreiber. So. Jetzt rede ich mal rumschauen, ich tue nämlich Filme. Ja? Ja, dann lassen wir mal Luft raus. Luft raus, Schreiber. Jawoll, hey. Sind wir den Zwischsausdruck? Na, den kennen wir noch. Ja, gut, Schreiber. Hans, komm, mach mal einen Koppel. Ich will mal lachen, Schreiber machen. Mach mal, ich mach doch Filme grad, ist doch gut. Kannst du's mir ein bisschen auseinandernehmen? Also, ich filme in YouTube-Stelle. Na, ich kann ihn ja so machen. So, auswanderzieren? So. Also, rausziehen. Ich kann auch schon DVD-Brennen von den, von den Fosing. Da ist er kaputt an der Fugelschreiber. Da ist er kaputt. Da in dem Mittwoch, da ist er kaputt. Siehst du das? Oh, guck, das ist der Einstich. Oh ja. Von der Poliker.